Ja, hallo zusammen. Und willkommen zu einem weiteren Video zurück, hier ein neues von Pascal, und zwar der LS22. Ich habe letztens ein Video gemacht, wo ich hier diese Karte vorgestellt habe. Die Karte, ich glaube das nicht, ich muss es kurz wieder nachlesen. Wo ist das geschrieben? Hier. Oberkirchheim. Und ich habe ja da ein bisschen die Karte entdeckt quasi und so weiter. Und mit euch zusammen angeschaut und ein paar Meinungen dazu abgegeben. Jetzt habe ich mich mal entschieden, auch wenn es, ja ich sage jetzt mal, nicht unbedingt so meins ist. Aber trotzdem, ja, ich könnte mir da etwas vorstellen. Und zwar werde ich mich dort oben, da oben sieht man das Bauernhaus, dort werde ich mich einquartieren. Das da unten, das werde ich nach und nach dann einfach verblassen lassen, sage ich jetzt mal. Und ich werde mit euch zusammen quasi den Hof beginnen einzurichten, Fahrzeuge zu kaufen, die Felder zu kaufen und so weiter. Wenn wir mal auf die Karte schauen, wir befinden uns jetzt hier unten. Das ist wahrscheinlich der Haupthof von dieser Karte. Und ich will mich hier oben einquartieren. Also ihr seht, der Traktor steht immer noch da von der letzten Vorstellung. Und ich werde mir diese Felder hier kaufen. Einfach alles, was da oben ist quasi. Und vielleicht noch so ein paar Felder da unten, je nachdem, was ich dann brauche, je nachdem, wie ich dann bewirtschafte und so weiter. Vielleicht muss ich dann irgendwo noch eine Art Lagerunterstand oder irgend so etwas haben. Hier unten habe ich schon gesehen, da sind zwei, also ein doppelseitiges, eine Halle, so irgendetwas, wo ich da vielleicht, je nachdem, Maschinen noch einlagern kann, die ich da nicht ganz nach oben nehmen will jedes Mal oder was auch immer. Mal schauen, wie sich es dann ergibt oder wie ich da vorwärts komme. Jetzt will ich mal Folgendes machen. Ich werde hier mal diese Länder kaufen, die hier oben sind. Ich habe das Geld halt ein bisschen raufgeschraubt. Ja, ich habe beschissen. Aber, äh, halt, jetzt bin ich da beim Falschen. Hier, das will ich. So, das will ich. Und natürlich hier dieses Feld. Das will ich auch. Und ich kaufe mir gerade auch noch dieses da. Das ist immer praktisch, wenn man ringsum so ein bisschen ankauft noch, je nachdem, wann man etwas rausbauen will oder was auch immer. Gut, da hat es mir jetzt den ganzen Rand genommen. Ist ja auch egal. Wollen wir mal so weiter verfahren. Gut. Äh, oh. Warum ist hier das Radio an? Sorry. Okay. Also, ähm, ich werde es folgendermaßen, also diese Fahrzeuge hier unten werde ich dann wahrscheinlich verkaufen. Und hier sind wir jetzt eben oben an diesem Hof angelangt. Und wir haben eben diese Felder hier rundum gekauft. Mit Wald, mit, ja, mit Felder. Und da sieht man, sind die Einzelnen schon, ähm, erntereif. Die werde ich dann zuerst einmal ernten. Die erinnern, die schon gehen. Das da ist jetzt zum Beispiel Hafer. Das kann ich sehr gut einlagern. Und dazu habe ich da, doch, ein Silo habe ich auch. Dazu werde ich halt trotzdem jetzt noch den Drescher von unten brauchen müssen. Ähm, wo ist er jetzt schon hingeplatziert hin, verfrachtet worden? Ich habe ihn vorhin gerade noch gesehen im Hintergrund. Hier ist er. Und dann werde ich dieses Feld dann schon mal abernten. damit wir eigentlich feldbereit sind. Und in einem weiteren Video oder je nachdem weiterer Teile, ich werde jetzt mal schauen, wie weit wir kommen, äh, werden wir dann Maschinen kaufen, Tiere kaufen. Etwas habe ich gesehen, ist schon im Stall. Aber eben, vielleicht gibt es ja nochmal einen Schweinestall oder was auch immer. Das sehen wir dann im Verlauf des Spielvorganges. So, jetzt müsste ich mal schauen hier. Mal diese Schneide auf den Transporthänger bringen. Den haben sie natürlich wunderbar platziert hier. Das ist wunderbar. Ja, und wie gesagt, vielleicht finde ich ja trotzdem so, dass eine oder andere Heimatliche hier auf dieser Karte, wer weiss, wenn man da mal ein bisschen reingespielt hat. Übrigens, ich habe ja von einem Kollegen gesprochen, der mir diese Karte anvertraut oder anempfohlen hat, sozusagen. Wie soll ich sagen, er war oder ist, glaube ich, ein bisschen angepisst, dass ich da nicht mehr Gefallen gefunden habe an dieser Karte. Und ich glaube, das hier, das ist eine Art Wiedergutmachung. Nein, Spass beiseite. Also er sagt auch, das ist halt einfach letztendlich Geschmackssache, diese Karten. Es geht schon in die Richtung, so wie ich es mag. Also da hat er nicht Unrecht gehabt. Das habe ich ja auch im Video erwähnt. Aber, wie soll ich sagen, es ist einfach, wenn ich jetzt eben die Karte Gemeindetalbau anschaue und diese hier zum Beispiel, da sind halt einfach viele, viele, viele Gemeinsamkeiten, so, dass ich hier nichts sagen wollte oder nichts sagen konnte, wow, hu, super cool gemacht. Doch, es ist super cool gemacht. Aber, weil eben so viele Ähnlichkeiten sind, hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich sage es jetzt mal so. Aber das heisst noch lange nicht, dass ich die Karte schlecht finde. Also es ist einfach nicht, wie soll ich sagen, dieser Wow-Effekt, der ist einfach nicht gekommen, was er sich wahrscheinlich von mir vorgestellt hat. Und deshalb, wie soll ich sagen, entlassen auf Bewährung oder so etwas? Nein, Quatsch. Ich mache nur Spass natürlich. Ich hoffe, er versteht das auch. Und ich denke, er versteht es auch. Äh, ja. Was tue ich da eigentlich? Ja, ich weiss, es ist nicht gerade so cool, aber ich mache das jetzt mal einfach so, auf die einfachere Art. Und ich muss einfach diesen Drescher mal kurz da aufschnallen quasi. Ich weiss, man könnte es wahrscheinlich auch anders machen. Ich hätte mich einfach drehen können. Oh, da ist noch eine Lampe davor. Das geht natürlich so nicht. So, den setzen wir mal hier auf den Transportwagen. So, er hat sich geschnallt, das ist gut. So, also, ich würde sagen, nächster Halt Bergwacht. Nein. Ähm, habe ich das Pflanzen? Ah gut, das ist noch nicht meins, glaube ich, das Feld. Ich muss da noch mal kurz etwas rausnehmen. Oder zumindest kontrollieren, ob es draussen ist. Fruchtzerstörung aus. Okay, das ist gut. Ähm, Fruchtzerstörung ist aus. Wo ist noch schon gerade gewesen? Mal noch gewesen, gewesen, gewesen. Äh, das nehme ich auch weg. So. Ähm, irgendwo ist doch noch das Wachstum, war das hier? Nein. Richtungswechsel, das ist alles vom Fahrzeug her. Hm. Ja gut. Fahren wir mal so weiter. Ich kann dann die Feinmechaniken, die Feineinstellungen dann später noch verrichten, sage ich jetzt mal. Ah, vielleicht noch sowas. So. Und Licht. Das ist immer gut. Wenn wir mich sehen, kommen. Äh, kommen sie. Sehen, kommen sie. Sehen. Ja. Öff. Öff. Äh. 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 So, hier geht es rauf. Ja klar, du musst natürlich jetzt kommen. Das ist ganz logisch. Aber danke, dass du hältst. Ich muss leider diesen Abstand halten. Über jedes Bachel geht ein Brücker. So, seht ihr? Stimmt auch. So. Mal schauen, ob wir da überhaupt drauf kommen. Über diesen Bergweg oder so. Das weiss ich jetzt noch nicht. Da links sieht man jetzt diese zwei Hallen, die ich vorhin angesprochen habe. Also da kann ich dann vielleicht, ich weiss noch nicht, so, ja, sag ich jetzt mal wie Strohballen oder solches Lagern quasi wie ein Aussenlager haben. Und oben dann vielleicht nur so ein Tageslager, je nachdem was es braucht. Ich muss jetzt schauen, wie es für den Platz ist. Also ich habe da nicht unendlich Platz, habe ich schon gesehen. Aber trotzdem auch nicht zu wenig. Das war die Laterne. Entschuldigung, werde ich dann ersetzen lassen. Kein Problem. Ach so, ist ja Privatweg. Ja, kein Problem. Privatweg, das heisst, ich muss das selber bezahlen. Ach, meine Güte. Dann halt. Hier ist noch so eine schöne Bruch. Die habe ich noch gar nicht so angeschaut. Muss ich dann auch irgendwann noch nachholen. Und die da, die sind mir jetzt eigentlich relativ egal. So, platt gedrückt. Fertig. So, da sind wir. Ah, das ist schon wieder so eine... Entschuldigung, Nummer zwei. Ja, gibt dann vielleicht sogar einen Mengenrabatt. Aber gut, wenn man schon richtig schaut, also richtig kollig... angeschossen habe ich sie nicht. Da ist einfach die Kollision ein bisschen breiter ausgetragen. So, jetzt wieder diese Schneide anbringen. Und dann werde ich mal rundherum das Feld quasi anmähen. Und dann werde ich den Helfer machen lassen, soweit es geht. Und ich werde dann in der Zwischenzeit mal noch einen Kipper holen. Wahrscheinlich kaufe ich dann gerade einen, einen grösseren. für da die ersten Felder. Voilà. Entschuldigung, schon wieder ich... So, blinke, blinke kann ich ausmachen auf dem Feld. So, also... Also, Drescher mal ausfahren, natürlich. Tempomat einstellen. Maschine starten. Und wir gehen dann mal dahinter. Ohlala. Ich werde dann wahrscheinlich Videos machen von dieser Karte, so Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ähnlich wie ich die Sims-Videos gemacht habe, wo wir einfach nach und nach den Hof quasi aufbauen, uns vorbereiten und so weiter. Und letztendlich dann auch, ja, wie man erntet, was man tut und so weiter. Ob ich dann weiterspiele, das weiss ich jetzt im Moment noch nicht. Das verrät euch gleich das Licht. Ha, 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 blinke, blinke. Hä? Ja, ich weiss, ich habe manchmal nicht ganz alle Tassen im Schrank, aber leider haben nicht alle Platz. Ich muss dann mal den Schrank umräumen. Ich habe auch die Tassen wegschmeissen und eins von beidem. So, dann haben wir schon mal eine Reihe geschafft. Und jetzt geht's. Übrigens auf der Karte Swiss Touch, da habe ich ja auch letztens gerade ein Video gemacht, wo ich da die Maschinen vorbereitet habe. Dort ist jetzt Stufe, also zweitletzte Stufe, die letzte Erntestufe ist dann bereits wahrscheinlich Ende Woche, also respektiv jetzt Sonntag, Ende nächste Woche da. Das heisst, dort werde ich dann auch Videos machen, wie ich da Felder bearbeite und Dresche und so weiter. Da habe ich ja auch schon ein Feld mal gezeigt mit Hafer, wo ich den Hafer geändert habe. Das ist das Feld, wenn ihr beim Hof seid und dann gerade so oben links quasi, so die zwei langen. Das habe ich euch schon mal gezeigt und auch das Breite oben, oberhalb von der Lagerhalle quasi. Aber mal schauen, wie ich das dann gestalte. Also ich will euch auch nicht, hier ist es wahrscheinlich ein bisschen speziell, aber ich will euch nicht da Videoweise mit nur einfach Dreschen hin und her langweilen, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht mal so ein bisschen Ausschnitte und dann wie ich das Ganze wieder einlagere, wie ich dann Ballen presse und so weiter, solche Sachen, das werde ich euch dann mal zeigen oder beziehungsweise je nachdem Videos darüber machen. Ich weiss gar nicht, gibt es hier auch Stroh bei Hafer? Ich glaube nicht, oder? Doch, gibt es. Klar, können wir auch schon Ballen machen. Ich Affe. Viele fragen sich, wie hast du jetzt das gemacht? Hä, warum kannst du das? Einfach Strohablage aus- oder einschalten. Das heisst, dann wird das Stroh rausgeballert und sonst wird es einfach wahrscheinlich, glaube ich, gehäckselt, soweit ich weiss. Und dann so als, ja, ich sage jetzt mal, fast wie Mulchen, wie eine Art Dünger auf den Boden gelassen. Das wird dann runtergekehrt und also respektiv gepflügt und so weiter. Und hier habe ich dann eben die Möglichkeit, mit der Presse dann die Ballen, Strohballen zu machen. Ja, wisst ihr was? Ich mache das so. Ich mache jetzt einen kleinen Unterbruch vom Video. Ich werde hier jetzt das Feld mal bearbeiten oder zumindest noch vorbereiten. Dann werde ich den Keeper holen. Da werde ich mich wahrscheinlich wieder zuschalten, je nachdem. Und ja, damit das nicht allzu langweilig wird. Also, bis irgendwann. Tschüssi! So, ich habe jetzt den grössten Teil schon abgeerntet hier. Jetzt muss ich mal schauen, die Maschine ist leider voll. Ich habe gehofft, dass es gerade noch reicht. Jetzt will ich mal schauen, ich müsste da einen Kipper haben. Und zwar mal gucken, was wir da für Maschinen zur Verfügung haben. Ich habe immer gerne. Ja, gut. Ja, die sind halt schon super, die da, diese Kubota. Ich nehme wieder mal einen Kubota. Das ist einfach Standard bei mir auf den Karten. Hier, LS22, Kubota. Ich weiss nicht warum, aber wartet mal. Ich mache den noch ein bisschen stärker. Warntafel, Frontgewicht, drei Punkte, das ist okay. Frontladeanbau brauche ich bei dem nicht. Okay. Schon mal gut. Und dann kaufe ich gerade noch natürlich einen Anhänger. Möglichst viel Kapazität, aber auch nicht allzu riesig. Wie viel kann der? Ah, den kann man noch einstellen. Zwölf Kubik, acht Kubik, neun Kubik, zwölf. Hm. Was kann der? Wahrscheinlich kleiner. Siebeneinhalb Kubik, ja. Sowas. Neuntausend Liter. Das würde gerade fast etwa eine Maschine geben. Ne, ich nehme den da. Den da, den grossen, 12.000, so. Ähm, Hauptfarbe, ja, ja, ein bisschen. So ist auch, ja, ist ja letztendlich relativ egal. Mal so kaufen. Und dann, 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 nehme ich gerade noch ein Gewicht. Ein Gewicht hier für diesen Traktor, sowas da. Eineinhalb Tonnen, ja, 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 das geht und wir nehmen die Farbe Rot. So. Das holen wir jetzt mal beim Händler natürlich. So. Ah, warte mal. Ich hänge gerade zuerst mal das Gewicht ran, dass es dann besser geht, um ran zu fahren. Da überlegen sie auch nicht viel, je nachdem, wie sie diese platzieren. Das sollte man vielleicht auch mal, ja, überschauen, sage ich jetzt mal, wie da die Fahrzeuge bei den Händlern jeweils so ausgestellt werden. dass die entweder, ja, ich sage jetzt mal, alle gleichgerichtet sind oder zumindest so ausgerichtet werden. Ich meine, Platz ist ja genug, dass es nicht irgendwie, ja, ich verstehe, was ich meine. Hoffentlich. So. Also, fahren wir damit Richtung Bergwelt. schauen, dass wir da die Lampe nicht wieder erwischen, dieses Mal. Ja, seht ihr, schon, der hat jetzt Probleme mit einem leeren Anhänger hier rauf zu kommen und ist jetzt auch nicht der schwächste Tag da, sage ich jetzt mal. Klar, es geht noch stärker, ich habe natürlich jetzt mittlere Wahl getroffen, aber schon recht recht steil hier, dieser Weg. Also, mit allem kommt man da wahrscheinlich nicht drauf und ja, aber wenn man dann mal oben ist, also mein Ziel ist es ja mehr oder weniger, hauptsächlich hier oben jetzt dann zu spielen, ähm, dann ist es eigentlich auch kein Problem, wenn mal das Zeug dann oben sein sollte, aber bis da eben ist es relativ ein weiter Weg. Okay. So, ihr seht, das ist fast alles abgemäht, noch ein, einmal hin und dann mal zurück wahrscheinlich und dann ist schon okay. So. Jetzt den drüberholen und dann das Roh ausfahren. ausfahren. So. Dann will ich noch fertig mähen. Viel ist ja nicht mehr, also nur noch jetzt einmal hin und dann wahrscheinlich von der Breite her wird es wahrscheinlich gerade reichen. Also noch einmal hin und zurück. Also noch einmal hin und zurück. Also noch einmal hin und zurück. Das wäre dann praktischer, um zu pressen. Aber gut, da werde ich wahrscheinlich sowieso mit dem Schwader dann noch das Gröbste zusammen machen. Vielleicht muss ich dann hier das Ekeli nochmal kommen. Ja, habe ich schon gedacht. Dann machen wir gerade noch so ein bisschen weniger Breite. Dann müssen wir sowieso noch einmal zurückfahren. Und vorne da wird es dann reichen. Da wird es ein bisschen schmäler. Ich hoffe jetzt, dass es dann in den Kipp... Und ich kann es ja dann abladen gehen, ins Silo dort drüben. Dann weiss ich noch nicht, ob es schon anderes auch noch erntereif ist. Zum Beispiel da dieses Mais weiter vorne, da habe ich glaube ich noch Sojabohnen gelesen vorhin. Aber ich weiss nicht, ob das Saison hat. Und was nicht Saison hat, das wird dann einfach hier jetzt bei mir untergekehrt, sage ich jetzt mal. Damit ich die Felder wirklich dann neu überpflanzen kann für... Ja, für nächstes Jahr, sage ich jetzt mal. So, jetzt müssen wir halt für diese paar Krümmel uns nochmal zurückbewegen. Und dann haben wir es schon geschafft, dieses Feld abzuernten. So, wir haben das auch geschafft. Vorsicht Baum! Ich kann mir noch so vorstellen, Mähdrescher fahren, so auf dem Feld, ja, je nachdem wie die Felder gestaltet sind, wenn man da je nachdem umdrehen muss. Aber, ich denke mal, so Mähdrescher fahren, diese riesen Ungetümer, wenn man die manchmal kölzt mit dem Auto zum Beispiel auf den Strassen. Ich denke, das muss schon noch gekonnt und gelernt sein. Das ist nicht so, ja, jetzt mal, ja, jetzt fahr doch einfach mal oder so. Ja, ich denke, da ist schon ein gewisses Können und Abschätzen und so weiter von Nöten. Gerade weil sie auch so riesig und breit sind. Die Größe wäre noch eins oder so, aber dann die Breite natürlich, ja, das Kreuzen mit den anderen Fahrzeugen und so weiter, könnte ich mir noch vorstellen, ist bestimmt nicht sehr einfach. So, Zuckerrüben, die sind noch im Wachstum. Dann haben wir hier, was haben wir da? Ähm, Sojabohnen auch im Wachstum. Und was habe ich da vorne noch? Kartöfferchen, oder was war das? Ah, Zuckerrüben. Okay. Zuckerrüben. Okay. Ähm, jetzt, wie gehen wir weiter vor? Wenn ich das wüsste. Ach, der Mais will ich noch gerade mal gucken, da hinten. Weil es kann natürlich auch sein, wir sind jetzt hier im Spiel im Monat August. Es könnte natürlich sein, dass ich das Zeug gar nicht mehr ernten kann. Hier ist noch Mais. Das ist auch im Wachstum. Also, mal schauen. Ähm, was hatten wir? Sojabohnen. Ach so, die sind erst dann hier später. Okay. Sojabohnen. Wo sind dann die Zuckerrüben? Hier. Die sind auch später. Das ist alles dann gleich. Sojabohnen, Zuckerrüben. Und Mais, Mais auch. Aha, okay. So ist das. Na gut, na. Na, ha, 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 ha. Ja. Ne, Quatsch. Also, ähm, also, das wird dann im Monat Oktober, wenn ich das Zeug ernten können, dann warte ich wirklich noch, dann lasse ich es noch sein. Wäre es jetzt schon durch, so zum Beispiel wie hier Gerste oder so, hätte ich es jetzt untergekehrt. Ähm, und halt als Dünger gebraucht, sozusagen. Hier lasse ich es jetzt mal. Ähm, ich glaube, ich könnte mal den Drescher da verräumen. Habe ich da irgendwo Platz in meinem kleinen, bescheidenen Hof da? Ähm, den irgendwo zu platzieren. Der werde ich dann wahrscheinlich auch behalten. Mal schauen, wie es sich dann ergibt von den Maschinen her. Da hinten ist so ein bisschen eine Lagerhalle. Da könnte man sogar durchfahren, da könnte ich das Schneidwerk und auch, aber ich glaube, der Drescher hat da nicht Platz, habe ich das Gefühl. Ähm, gut, der muss halt eher draussen bleiben, je nachdem. Mal schauen. Und ich versuche es mal. Und wie gesagt, sonst muss ich halt dann vielleicht das eine oder andere Feld oder so noch gebrauchen als, ähm, Bauland, sozusagen. Um ein Maschinenpark dann einzurichten, beziehungsweise eine Maschinenhalle noch. Den schnalle ich jetzt mal hier drauf. Ich werde dann das Ganze mit dem Traktor einfahren nachher. Das geht dann besser, glaube ich. So, den Reststück kann ich mal zuklappen noch. So, dass wir sich halt dann schauen, dass ich halt vielleicht den unteren Hof quasi brauche, um, ähm, ja, halt dann auch da noch aktiv zu lassen, sozusagen. Und halt auch als, ähm, was hier oben nicht Platz hat, halt unten lassen, was weniger gebraucht wird oder so. Oder eben diese zwei Hallen, die ich da schon gesehen habe. Ah, jetzt habe ich ja wieder geschlossen, klar. Ähm, ich nehme mal das hintere. Aber der wird da wahrscheinlich nicht reingehen, habe ich das Gefühl. Ähm. Doch, äh, doch, es geht, es geht, es geht, es geht, es passt, ja. Gut, den werde ich dann wahrscheinlich auch noch austauschen durch einen anderen. Ich weiss es jetzt noch nicht. Aber es passt, es ist knapp, aber es passt. Die haben mal überlegt, für so etwas auch Platz zu lassen, Leute. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut sogar. Dann hole ich den Schneider noch gerade. So, das ist es. So, das ist es. So, das ist es. So, das ist es. Fahr doch nicht ins Feld rein, du Idiot! Ist ja meins. So, ja, stimmt. So. Das wird dann aber... Das hingegen könnte vielleicht ein bisschen lang sein. Mal sehen, mal gucken, nicht wahr? Wobei, das könnte eigentlich auch draussen stehen. Irgendwo, irgendwie da. Das wird nicht stören hier. Oh oh. La lamp nocce nocce de bon. Das kann draussen stehen hier. Das passt gut. Das passt wunderbar. Das lasst du mir gerade so. Kann ich da eigentlich auch durchfahren? Ähm. Nein, 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 nein. Also offiziell nicht, he? Ich bin jetzt einfach zu faul. Und respektiv wollte es einfach mal gerade wissen. Aber offiziell geht das nicht. Also muss ich da unten durchfahren oder durch die Scheune durch. Okay, also. Den lassen wir mal da. Was haben wir da? Haben wir da eigentlich etwas drin noch? Ich glaube nicht. Da unten sind noch viele Maschinen. Und jetzt will ich noch unsere Ernte natürlich abkippen. Hey! Hey, Johnny! Hallo! Hallo! Hey! Kannst du nicht grüßen? Hallo, hallo! Hallo! Dann lass es doch. Klung! So! Fahre mit dem Caray! So! 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 So, dazu hier an das Gebläse ranfahren. Das ist die Abladestelle. Überladen, starten und raus damit. Dass das funktioniert, einfach so in den Boden rein, ist schon cool. So, alles leer, so, tak, voilà, alles weg. Dann kann ich den mal hier reinstellen, wenn wir schon die Schneide nicht da haben. So, das ist auch platziert und was haben wir jetzt zu tun? Jetzt sieht man ja, also meine drei, vier Felder hier oben, da habe ich im Moment nichts zu tun, weil die Zeit nicht da ist. Ich gucke mal hier gerade bei den Tieren, ob ich da vielleicht mal etwas noch machen muss. Also, Nahrung haben sie bereits, das ist schon so gewesen von Anfang an. Stroh muss ich dann mal reingeben, das gibt es ja dann bald gerade. Könnte ich übrigens sogar gerade mit dem Ladewagen aufnehmen, statt Ballen zu machen und dieses dann ins Silo reinschütten. Milch kann ich dann mal und sonst ist alles okay. Also, da brauche ich im Moment nichts zu tun. Was ich da effektiv machen könnte, dann ist ein Schwad. Mal schauen. Oh, der läuft auch immer noch. Strom sparen. Ach nein, das ist der Diesel. Mal gucken, was haben wir da für Fahrzeuge oder Maschinen? Haben wir irgendwo eine Ballenpresse? Da wäre auch noch ein Kipper gewesen. Sehe ich gerade. Gut, ich habe es auch gewusst, ich habe extra einen neuen gekauft. Die Hühner, ja gut, die muss ich wahrscheinlich hier unten lassen halt. Also, dieser Sauhunterblöde auch da. Entschuldigung. Wie sieht es da aus? Die haben auch ziemlich alles, außer auch Stroh. Das ist eigentlich genau die gleiche Situation. Ah, hier, Ladewagen ist schon da. Okay. Das ist auch. Schwader ist auch einer da. Kreisel auch. Ich mache das folgendermassen. Ich kaufe mir kurz noch einen Traktor. Und zwar einen kleinen. Auch hier Kubota. Da bleibe ich dabei auch. Nehme aber auch hier ein bisschen den starken. So. Und kauf gerade noch einen. Ne, muss ich gar nicht. Den kann ich ja mitnehmen. Ja. Also. Damit hole ich jetzt auf dem Hof den Ladewagen. Scheissbauer, lieber davor fahren. Hä? Ja, ja. Ich weiss. So. Also, ich werde jetzt den noch raufnehmen. Und, ähm... Wie soll ich sagen? Den Schwader nehme ich hier rauf. Und den Ladewagen. Und dann, mal schauen, werde ich kurz ein paar Krümel aufladen vielleicht. Und sonst, später werde ich dann das Video beenden. Das ist auch wieder, ja. Im Moment her, als ich das Video gestartet habe, natürlich. Hier sind zwar auch noch viele Felder. Das ist viel Atrasse. Das werde ich dann vielleicht trotzdem noch abernten. Und ich kann ja die Felder danach wieder verkaufen. Äh, wo ist es jetzt? Ah, da hinten. Oh, den nehme ich mal mit. Und auch die Ladewagen. Die Ladewagen nehme ich mit für oben in die Berge. Komm und weg. Dann ist so, voilà. Voilà, merci, au revoir. Merci, c'était joli avec vous, hein. Mais c'est encore plus joli sans vous. Hoppla, Georges. Hoppala. So. Also, damit fahren wir jetzt wieder dort nach oben. Mal schauen, ob wir den Rampen raufkommen. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Gut. Es gibt da so ein Sprichwort. Viele Autofahrer oder viele Verkehrsteilnehmer überleben nur, weil die anderen die Regeln befolgen. Hat schon sowas manchmal, bei gewissen Teilnehmern auf unseren Strassen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der Heimat angekommen sind wir wieder. Ich lasse den Zusammenmacher vorne. Dann nehmen wir mal ein bisschen auf. Ich lasse das hier. Ich fahre jetzt extra ein bisschen schneller, als man eigentlich das machen sollte. Normalerweise ist es etwa so 5 Stundenkilometer, sagt man. 5 bis 6, dass die Ladewagen richtig aufnehmen und arbeiten können. Aber wir sind ja in einem Simulator, nicht wahr? Ich lasse das hier. Ich lasse das hier. Einen vollen, bitte schön. Es ist immer ein bisschen doof hier zu lenken mit meinem Lenkrad. Ich muss wissen, ich habe das Mikrofon, das ich mir sprechen höre, von meiner Schnauze quasi. Also zwischen Mikrofon und Hand ist immer noch nicht viel Spiel. Oder Mikrofon und Steuerrad. Und deshalb ist es da immer noch ein bisschen doof zu lenken. Aber es geht. So. Jetzt glaube ich, Stroh ist hier, oder? Oder war das Futter? Wo ist Stroh? Wo kommt das Stroh hin? Auch nicht. Vielleicht. Ah, vielleicht da rein. Nein, aber das ist einfach nur das Lager dann. Kommt das in den Stall direkt vielleicht? Muss ich da mal öffnen. Hm. Nee. Hä? Hä? Hier auch nicht. Hier ist auch kein Trigger, nein. Nein. Also hier ist Futter und... Hm. Das ist ja mal da. Aber das ist glaube ich nur das Lager, habe ich gemeint, da hinten, oder nicht? Aber vielleicht haben sie es natürlich hier anders gemacht. Das ist möglich, ja. Überladen. Mal ein bisschen reinlassen. So. Jetzt mal schauen gehen, ob es da reingekommen ist. Stroh null Liter. Hä? Hä? Aber wisst ihr was? Nein, ich weiss, was das Problem ist. Ich hatte den, das aktive Fahrzeug nicht den Ladewagen angewählt, sondern das, 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 den Traktor. Jetzt wird es dann wahrscheinlich gehen. Ja, seht ihr, ich war doch richtig. Weil hier oben steht es sogar auch noch. Da oben rechts steht es jetzt Strohdig Trigger. Alles leer. So. Ich denke, das reicht jetzt mal für heute oder für dieses Video. Wahrscheinlich werde ich dann nachher gleich das zweite drehen. So lange will ich jetzt nicht mehr warten. Stroh ist angekommen. Okay, war es doch richtig, so wie ich es gemeint habe. Ja, ich werde dieses Video jetzt mal beenden und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es werden weitere Folgen hier von dieser Karte, wie heisst sie, Kirchig. Ich muss immer wieder lesen, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer, 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 immer. Oberkirchheim. So. Hier in Oberkirchheim wird es Teil 1, Teil 2, Teil blablabla und so weiter geben. Und ich hoffe, ihr seid immer wieder dabei und wir werden dieses, diesen Hof, wir werden, diese Stadt, dieses Dorf, werden wir besiegeln. Mit unserem Neues von Pascal Videos und mit meinen geschicklichen Bauernfingern. So. Das jetzt war nur so ein bisschen Spinneritis. Ja. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wenn ihr den noch vorhört. Nein, wird wahrscheinlich nicht gehen, weil ich das Video erst heute Abend wahrscheinlich dann schneide. Sonst alles Gute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Neues von Pascal. Dankeschön und Tschüssi. 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 Tschüssi.